Musik Sie können als Unternehmen im Bereich von Teambuildings und Firmenveranstaltungen, gerade vom Spitzensport im Segelbereich, sehr, sehr viel lernen. Das sind kleine Gruppen, die wir hier aktiv schulen können, mit denen wir Teambuildings durchführen können. Das Ganze läuft so ab, dass ein Spitzensportler sein Sport im Rahmen von einer ganz intensiven Tagung oder Informationsveranstaltungen erklärt und dann diese Theorie an Bord auch hautnah erlebt und umgesetzt werden kann. Und ich denke, dass das gerade für Führungsgremien, für Unternehmensgruppen sehr, sehr einzigartig ist. Musik Die All4One ist ein Schiff, was der Sailing Team Germany auch für die eigenen Trainings ihrer Spitzensportler verbindet. Und somit haben sie im Grunde ein Sportgerät, ein Segelschiff, was ganz intensiv im Hochleistungssport eingesetzt werden kann und wo man diesen Sport ganz direkt mit den Profis zusammen erleben kann. Musik Mir gefällt dieses Zusammenspiel zwischen Sport, zwischen menschlichem Einsatz, wo sie als Einzelpersonen ihre Kraft, ihren Esprit bringen, diese ungemeine Ruhe auf See und dann auch das Auseinandersetzen mit den Naturgewalten, wo sie Wind, Wellen, Strömungen sehr, sehr intensiv, finde ich, erleben. Musik Das ist eigentlich das Tolle beim Segeln. Sie haben für alle Bereiche eigentlich ideale Verwendungsmöglichkeiten für die Kollegen, ähnlich wie in einem Unternehmen. Und können so das Zusammenspielen jedes Einzelne unter Ausnutzung seiner besonderen Fähigkeiten ideal umsetzen an Bord. Musik Musik Das ist eigentlich das Tolle beim Segeln. Das ist eigentlich das Tolle beim Segeln. Musik